Aber da muss ich mal schauen, ob und inwieweit ich das ignorieren kann. Das kann ich so genug nicht sagen. Aber warum habe ich mir die Uhr jetzt überhaupt gekauft? Sie wirkt doch sehr präsent bei mir am Arm, zeigt aber gleichzeitig auch, wie leer das Ziffernblatt ist. Ausgesprochen komfortabel. Hallo und willkommen bei WatchMax's Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, mit der ich, als die Serie bei SYN neu vorgestellt wurde, etwas gefremdelt habe. Es handelt sich um die Serie 105. Am Arm habe ich und mir gekauft habe ich die SYN 105 ST, S-A-U-T-C mit dem weißen Blatt. Als die Serie neu rauskam, war ich nicht komplett überzeugt, die Serie war mir zu modern, zu wenig klassisch Sinn, zu rund, zu glatt. Ich konnte damit nicht so richtig viel anfangen, aber das hat sich im Laufe der Zeit etwas gelegt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich doch gerne eine haben wollte. Wie es dazu gekommen ist, was mich bewogen hat, genau diese und keine andere zu kaufen. Das zeige ich euch in diesem Video. Am Ende des Videos zeige ich euch noch die anderen Varianten, die es aus der Serie gibt. Es gibt nämlich insgesamt vier Uhren. Zwei schwarze, zwei weiße, zwei mit UTC und zwei mit einer etwas anderen, besonderen, ungewöhnlichen Datumsanordnung für Tag und Datum. Das Ganze zeige ich euch am Ende des Videos. Jetzt zeige ich euch erstmal meine Uhr, was mir aufgefallen ist und was die technischen Daten sind. Den Bericht eine Woche am Arm, der kommt etwas zeitversetzt, in 14 Tagen, drei Wochen ungefähr. Und da werde ich euch dann sagen, was mir im Alltag beim Dauertragen über eine ganze Woche aufgefallen ist, was man beim ersten Review vielleicht so nicht direkt sieht, erfährt oder spürt. Die SYN 105 STSA UTC W habe ich hier auf dem Tisch liegen. Ich habe aktuell montiert kein Originalband, sondern es ist ein Band von Barton. Barton habe ich in einem anderen Video schon mal vorgestellt. Hier sind die Silikonbänder von Barton. Wenn es euch interessiert, schaut euch das andere Video an. Hier habe ich aktuell ein schwarz-orangenes montiert. Die Uhr habe ich gekauft mit Stahlband und dem Original-SYN Silikon. Aktuell gefällt sie mir aber, so wie hier gezeigt, am besten. Eine ausgesprochen sportliche Uhr. Ich war nicht so der ganz große Fan der Serie 105. Das gestehe ich ganz offen und ehrlich. Mittlerweile muss ich sagen, dass ich da meine Meinung etwas geändert habe. Ich werde euch im Laufe des Videos sagen, wie es dazu kam, warum und wieso. Schauen wir uns doch erst einmal die Uhr genau an. Das Gehäuse ist perlgestrahlt. Dadurch wirkt sie etwas silbriger, heller als bei den mattierten Gehäusen und etwas tuliger als die polierten Gehäuse. Wir haben auf der Vorderseite ein entspiegeltes Saphirglas. Der Boden ist ebenfalls ein innen entspiegeltes Saphirglas. Der Boden ist verschraubt. Die Krone ist verschraubbar, mit Kronenschutz versehen. Und die Uhr ist bis 20 Bar druckfest, was einer Wasserdichtigkeit von ungefähr 200 Meter entspricht. Verbaut ist ein Selita SW 330-2. Die Uhr hat einen Durchmesser von 41 Millimeter, eine Bandanstoßbreite von 20 Millimeter und eine Höhe von 11,9 Millimeter. Die Uhr wiegt ohne Band 73 Gramm und trägt sich angenehm flach. Die Lünette dreht mit Klick in beide Richtungen. Es sind 24 Klicks für die 24 Stunden, damit man die Zeit schnell auf den orange Farben markierten UTC-Zeiger einstellen kann. Natürlich kann man den UTC-Zeiger auch über die Zeiteinstellung verstellen, sodass hier kein Problem entsteht und man die UTC-Zeit auf der Lünette auch analog einer 24-Stunden-Skala mit 12 Uhr oben oder unten entsprechend einstellen kann. Diese Lünette ist tegmentiert und schwarz-hartstoffbeschichtet. Das Gehäuse selber ist nicht tegmentiert. Perlgestrahlt finde ich aber sehr praxisnah und gut, weil meine perlgestrahlten Gehäuse sind die Gehäuse, bei denen man auch ohne Tegmentierung am wenigsten sieht. Das Werk ist schön gemacht, nicht übertrieben verziert, aber auch nicht einfach Standard und undekoriert. Mir reicht das völlig. Ich hätte hier auch nicht zwingend einen Glasboden gebraucht. Ein schöner Stahlboden wäre für mich auch okay gewesen. Schauen wir mal, wie die Uhr am Arm wirkt. Denn ich habe festgestellt, dass diese Uhr doch relativ groß am Arm wirkt. Sie hat zwar nur 41 mm im Durchmesser, aber sie wirkt doch sehr präsent bei mir am Arm, ist aber angenehm flach und trägt sich sehr angenehm. Ich habe sie jetzt eine Woche lang, nee, gar nicht, ich war eine halbe Woche lang am Arm gehabt und kann nur sagen, dass das Tragegefühl sehr angenehm ist, auch nachts. Die Krone drückt nicht, da piekst nichts, da zwirbelt nichts. Was mich ein bisschen ablenkt, das ist der orangefarbene UTC-Zeiger. Aber da muss ich mal schauen, ob und inwieweit ich das ignorieren kann, ob ich das weggucken kann. Das kann ich so genug nicht sagen. Aber warum habe ich mir die Uhr jetzt überhaupt gekauft? Anfangs, und da gehe ich noch mal ein kleines bisschen näher ran, dann sieht man das besser, fand ich, das ist keine wirklich typische Sinn-Uhr. Mit den runden Indizes, den runden, sehr schnörkellosen, einfach gehaltenen Zeigern. Mir fehlte so ein kleines bisschen die technische Finesse, die Sinn sonst bei den Uhren hat. Sinn-Zeiger sind zwar nicht hochgradig kompliziert und übermäßig ausgestattet, aber trotzdem mit ein bisschen mehr Aufwand und Raffinesse als hier, habe ich die Zeiger doch in Erinnerung. Und hier ist es wirklich extremst schlicht. Ein kleines bisschen hat mich das an die 70er Jahre erinnert. Da konnte ich mich lange nicht wirklich richtig mit anfreunden. Ich sage das ganz ehrlich, das hat mich angezogen und abgeschreckt gleichermaßen. Mittlerweile muss ich sagen, ich finde das sehr gut, weil das für mich eine Art Brücke bildet zwischen den klassischen Genen von Sinn und der Zukunft von Sinn, wo es ein bisschen moderner, frischer, aufgeräumter wird. Ich finde das gut, dass das nicht brachial erfolgt. Ich finde es klasse, dass das in graduellen Schritten erfolgt. Und für mich ist das ein solch gradueller Schritt, dass die Uhr eben modernisiert wird, ein bisschen frischer ist, ohne dass man direkt alles über den Haufen wirft, was Sinn ausmacht. Und insofern habe ich zwar etwas gebraucht, aber mag die Uhr jetzt wirklich sehr. Wie gesagt, am Arm ist sie auch ausgesprochen komfortabel. Ich halte sie mal hier so ein bisschen an die Seite und zeige euch hier einmal ganz kurz die entsprechende Preisgestaltung dieser Uhr Stand Mai 2022. Ebenfalls hier auf der Seite blende ich euch jetzt noch die anderen Varianten der Uhr ein. Es gibt insgesamt vier Varianten dieser Uhr. Zwei schwarze und zwei weiße. Jeweils mit der UTC-Zeitanzeige, wie ihr es hier sehen könnt und nur der Datumsindikation auf 6 Uhr und dann ohne UTC mit Tagdatum übereinander angeordnet auf 6 Uhr. Auch eine sehr außergewöhnliche Zeitanzeige. Ich habe mich für diese hier entschieden, weil ich nur eine Uhr mit einer echten 24 Stunden UTC-Zeit habe. mich das Orange gereizt hat und ich mit der Datumsanzeige übereinander ehrlich gesagt nicht so viel anfangen konnte. Ich fand sie schwer abzulesen und wenn ich ein Tagdatum habe, dann möchte ich es gerne auch ablesen und auch entsprechend verwenden können. Und das fand ich bei der übereinander angeordneten Variante der Tagdatumsanzeige nicht so gelungen. Ich würde euch gerne noch die Zeigerstellung zeigen. Dafür werde ich die Zeiger auf 24 Uhr setzen, damit man auch den UTC-Zeiger in der gleichen Position hat. Und dann schauen wir einmal, wie die Zeiger gesetzt sind. Ich habe das, obwohl ich die Uhr jetzt eine halbe Woche habe, noch nicht wirklich getestet. Insofern bin ich selber gespannt, wie die Zeiger stehen. Und wir schauen uns das jetzt einmal gemeinsam an. Der Sekundenzeiger ist ein bisschen drüber, aber ich gehe davon aus, dass dieser Bruchteil einer Sekunde an der grundsätzlichen Zeigerstellung nichts ändert. und jetzt packen wir das drauf und das sieht absolut hervorragend aus. Sehr sauber gesetzt, zeigt aber gleichzeitig auch, wie leer das Ziffernblatt ist, wenn die Zeiger in dieser Position stehen, weil die Datumsanzeige auf der 6 Uhr sorgt dafür, dass die linke und rechte Hälfte doch sehr leer sind. Der Sinn-Schriftzug ist relativ klein gehalten, sodass sehr viel leeres Ziffernblatt entsteht. Was mir auch aufgefallen ist, und das zeige ich euch jetzt einmal, Der Minuten- und der Stundenzeiger sind fast gleich breit, sodass der Stundenzeiger nahezu vollständig hinter dem Minutenzeiger verschwindet und das dann zusammen mit dem UTC-Zeiger zu einer sehr verwirrenden Zeitablesung führen kann. Ein paar Minuten später ist es schon nicht mehr kritisch, aber in dem Moment, wenn sich die Zeiger überlappen, ist es, finde ich zumindest, doch arg verwirrend. Was ich sehr schön finde, ist die Tatsache, dass der UTC-Zeiger nicht leuchtet und das zeige ich euch jetzt noch mal im Nightshot. Noch kurz die Uhr aktivieren. Einmal richtig mit der Taschenlampe drauf, damit es auch gut zu sehen ist. Und ihr könnt sehen, die Uhr leuchtet richtig klasse, leuchtet auch lange die ganze Nacht durch. Hier unten an dem Horn könnt ihr sehen, ich habe meine blaue Hintergrundbeleuchtung noch teilweise an, aber insgesamt wirklich tolles Nachtbild, extrem gut ablesbar und auch die ganze Nacht sehr lange ablesbar. Ich meine, es ist BGW 9. Es ist bei Sinn nicht beschrieben, was es ist. Insofern müsst ihr euch da auf meine Farbeinschätzung verlassen. Alles in allem gut, deutlich, lange ablesbar, obwohl die Minutenindizes relativ schmal sind, weil sie eben noch die schwarze Umrandung mit abdecken müssen. Aber alles in allem funktioniert das sehr gut und ist wirklich lange, problemlos und angenehm ablesbar. Ich zeige euch noch mal kurz die Indizes. Ihr seht, die sind normal groß, haben aber den schwarzen Rand, um einen Kontrast zum weißen Blatt zu bieten. Bei den schwarzen Uhren sind sowohl die Zeiger als auch die Indizes komplett mit Leuchtmasse befüllt und dadurch entsprechend auch etwas größer im Nachtbild als bei der weißen Variante. Die Varianten der Uhr blende ich euch hier auf der Seite ein. Hier könnt ihr die irgendwo sehen. Und die Preise stand heute, das heißt Mai 2022, blende ich euch ebenfalls ein. Alles in allem eine Uhr, die mir sehr viel Freude macht, die eine ungewöhnliche Uhr ist und die für mich und mein Ableserverhalten auch etwas ungewöhnlich abzulesen ist. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, was ihr von der Serie 105 haltet und welche Variante der vier Gezeigten euch am besten gefällt. Bis dahin bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Ciao, euer Axel.